Das plützliche Nationalelf-Ende hat beim FC Bayern deutliche Spuren hinterlassen. Nach Thomas Müller hat sich nun auch Mats Hummels öffentlich zu Wort gemeldet und Bundestrainer Jogi Löw für dessen taktloses Vorgehen kritisiert. Jerome Boateng hatte sich bereits am Tag der Bekanntgabe zurückhaltend und respektvoll geäußert, sich aber einen anderen Abschied für uns gewünscht. Auf ein weiteres öffentliches und kritisches Statement verzichtete Boateng bislang, womöglich wird es das am Freitag über seine sozialen Kanäle nachholen. Für die Münchner gilt es nun aber vor allem, sich dem Alltagsgeschehen zu widmen. Schließlich kann der Rekordmeister mit einem Sieg im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, Samstag, 15. 30 Uhr, FC Bayern München, VfL Wolfsburg im Live-Ticker, die Tabellenspitze in der Bundesliga zurückerobern. Anzeigebildergalerie FC Bayern München vs. DFB, eine explosive Beziehung 18 Bilder viele Fragen jedoch stehen noch aus. Sport1 beantwortet sie Punkt. Kann man noch eine Stellungnahme von Uli Hoeneß erwarten? Ja. Der Bayern-Präsident sagte am Donnerstag am Rande des Euroleague-Spiels des FC Bayern Basketball nur, dass einige Dinge nicht so gut gelaufen seien. Weiter werde sich vorerst nicht äußern, bis unsere wichtigen Spiele vorbei sind, so Hoeneß, der entspannt wirkte. Meist gelesener Artikel 1 Fußball der FB-Team aus von Bayern-Trio, Hoeneß reagiert zwei Champions-League-Achtelfinale-Kabinen-Eklar um Ramos nach aus. Drei Fußball Europa Lea Gütrap rettet Eintracht gegen Inter 4 Fußball Bundesliga 3 Schalke offenbar aussortiert. Fünf Darts Premier Lea Gwarf Knur mit Remy gegen Gastspiele doch dann wird es schon mal noch einen Kommentar geben. Er müsse sich noch eine richtige Antwort überlegen, ergänzt die Hoeneß, dass drei Bayern-Stars auf einen Streich vom Bundestrainer in den eigenen Büroräumen an der Säbener Straße aus der DFB-Elf verbannt werden, hat selbst Hoeneß in all den Jahren noch nicht erlebt. Er wird es sich wohl nicht nehmen lassen, sich spätestens nach den entscheidenden Wochen öffentlich und demonstrativ vor seine Spieler zu stellen. Bilder Galerie Nationalmannschaft, die Erben von Hummels und Poteng 17 Bilder Das erste Statement des FC Bayern war im Namen von Vorstandsbos Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hassan Salihamidzik verfasst worden. Profitiert der FC Bayern von Löws Entscheidung? Aus marketingtechnischer Sicht keinesfalls. Die Bayern sind weltweites Zugpferd für den deutschen Fußball, definieren sich seit jeher darüber, dass sie das Gerüst der Nationalmannschaft stellen. Nun hat der Rekordmeister drei deutsche weltweit bekannte Nationalspieler weniger. Das könnte dem Image der Münchner schaden. Allerdings, mit Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Zeschniabri stellen sie noch einmal den Großteil von Spielern des DFB-Kaders. Bilder Galerie Löw sortiert aus. Was aus den Weltmeistern 2014 wurde von 45 Bilder sportlich gesehen bekommen drei wichtige Spieler, von denen sich derzeit allerdings nur Hummels als Stammspieler bezeichnen kann, nun aber deutlich mehr Ruhepausen und können sich voll auf ihren Bayern-Job konzentrieren. Alle drei waren aber stets stolzen Nationalspieler und hätten die Belastungen gern weiterhin auf sich genommen. Fallen Hummels, Boateng und Müller nun in ein mentales Loch? Davon ist nicht auszugehen. Alle drei Spieler sind von der Art und Weise, wie sie der Bundestrainer aus der Nationalelf verbannte, zwar immer noch maßlos enttäuscht, und werden es auch noch Tage, vielleicht Wochen und Monate sein. Alle drei sind aber fest gewählt, Löw zu beweisen, dass sie noch immer Dopleistungen abrufen können, wenngleich sie eine schwierige Saison hinter sich haben. Müller betonte dies auch in seiner Videobotschaft, sagte, dass er nach vorne schauen werde und versicherte, wir haben jetzt mit dem FC Bayern eine ganz heiße Saisonsphase, in der wir noch um alle drei Titel mitspielen. Und in diesem Sinne möchte ich euch sagen, das Spiel ist noch nicht aus. Mit Wertschätzung nichts zu tun, Müllers Statement im Video Kovac dazu am Donnerstag, die kurze Enttäuschung ist verstrichen, sodass sie weiter ihre Leistungen bringen können. Nach Sport1-Informationen brennt vor allem Hummels darauf, gegen den FC Liverpool am kommenden Mittwoch eine Top-Leistung abzurufen. Müller ist in diesem Spiel rot gesperrt. Ein Start-Def-Einsatz von Boateng ist unwahrscheinlich, wenngleich auch er versicherte, dass er noch auf höchstem Niveau spielen könne und das auch in Zukunft zeigen wolle. Lässt Kovac seine drei Sorgenkinder gegen Wolfsburg auflaufen? Stünde vier Tage später nicht das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Liverpool an, wäre das durchaus möglich. Grund, Kovac ist dafür bekannt, menschliche Größe zeigen zu können. Gegen Wolfsburg ist es aber wahrscheinlich, dass er seine Wunsch-Formation für das Liverpool-Spiel testet. Heißt, mit Süle neben Hummels und dem wiedergnesenen Frank Ribéry auf den Flügeln. Müller spielte bei Borussia Mönchengladbach, 5 zu 1, zuletzt zwar stark, aber er ist im Rückspiel gesperrt. Da Kingsley Coman gegen den VfL ausfällt, dürfte sich Ribéry beweisen können. Müller, Balak und Co. Diese Stars sägte Löw schon ab vor dem Hinspiel gegen Liverpool, 0 zu 0, ließ Kovac übrigens auch seine Königsklassenelf zuvor in der Bundesliga auflaufen. Bis auf Ravi Martinez, der in Enfield für den verletzten Goretzka in die Startelf rutschte, startete in Augsburg, 3 zu 2, die gleiche Elf wie gegen Klopps Team. Allerdings, alle drei Spieler zählen nicht unbedingt zu Kovac-Befürwortern. Ließ Kovac sie aber demonstrativ gegen Wolfsburg spielen, dürfte in das Paar ihnen gewiss Respekt und Dankbarkeit einbringen. Bleiben alle drei Spieler den Bayern kommende Saison erhalten? Unwahrscheinlich. Zwar sind Hummels, Buteng und Müller allesamt noch bis 2021 an den Verein gebunden. Ein Innenverteidiger dürfte die Bayern im Sommer aber verlassen, zumal Benjamin Pavard, der auch Rechtsverteidiger spielen kann, für eben jene Position bereits vom VfB Stuttgart verpflichtet wurde und Lucas Hernandez von Atletico Madrid noch kommen soll. Ausbotung der Kollegen, Niabri schaut auf sich, dass er bei Müller, seit 2000 im Verein, wechselt, wäre den Fans nur schwer zu vermitteln. Es sei denn, die Münchner Identifikationsfigur will sich selbst nochmal verändern. Die Münchner Identifikation Imbian Imbian